Hallöchen, Pupülchen ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr neu hier seid, ich bin Isabella. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Phantasialand. Da ist nämlich heute, meine ich, einer der letzten Tage, wo wir dieses Wintertraum-Motto uns anschauen können und ich bin super, super gespannt und ich freue mich riesig und da nehme ich euch heute auch ein bisschen mit. Ja, wir gucken jetzt mal, was hier so für Veranstaltungen sind. Wintermärchen können wir gleich. Wo ist das denn? In wie viel Uhr? In Mexiko. In Mexiko? Ja, dann auf nach Mexiko. Hier ist alles schön geschmückt. Ich glaube, mir wäre jetzt schon schlecht. Wir haben jetzt einen Platz zum Essen gefunden. Jetzt gehen wir hier jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott Der Express ist auf einmal schneller geworden Was ist das? Sojamilch 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 Oh mein Gott Sojamilch 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 Sojamilch